Moin und herzlich willkommen zum letzten Video in 2021. Ich habe mir gedacht, dass ich mich hier zum Jahresabschluss nochmal vor die Kamera setze. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Ziemlich schade auch irgendwo, weil diese Formate so ein bisschen auf Eis gelegt wurden. Q&A und so weiter und so fort. Ich werde das auf jeden Fall nochmal überdenken und vielleicht ein bisschen mehr im nächsten Jahr dazu machen. Aber es ist auch irgendwie gerade einfach eine komische Zeit. So allgemein, Corona und so weiter. Aber auch so bei mir wegen Hausbau und allem, was so ansteht. Da sind wir ja gerade so ein bisschen in der finalen Phase, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich denke mal, es dauert noch so zwei Monate, zweieinhalb Monate um den Dreh. Dann können wir einziehen, wenn alles nach Plan läuft. Und ja, dann wird es, hoffe ich, richtig geil. Wir haben viel mehr Platz dort, auch gerade jetzt hier für diese ganze Videogeschichte. Das werde ich euch dann auch alles zeigen, wenn es soweit ist. Wer meinen Zweitkanal nicht kennt, gerne mal vorbeischauen. Verlinke ich euch da oben. Und ja, ich will ansonsten eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren. Ich hoffe, für euch ging das Jahr einigermaßen klar, den Umständen entsprechend. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute für das nächste Jahr, für 2022. Und jetzt folgt hier noch ein kleines Kurzreview von dem Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Wir werden das auf jeden Fall so ein bisschen kürzer halten, weil das ist ein Backforce OnePlus. Den kennt ihr prinzipiell schon, wenn ihr meine Videos verfolgt. Aber das ist die neue Black Edition. Das heißt, da ist jetzt alles schwarz und es gibt so ein paar kleine Änderungen. Und das besprechen wir einmal kurz. Und am Ende könnt ihr dann einen Stuhl gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Da möchte ich allgemein gerade noch ein paar Worte zu verlieren. Dieses Gewinnspiel sollte schon zu einem Advent stattfinden. Ich glaube, der dritte Advent war da geplant. Und auch mein Weihnachtsgewinnspiel musste leider ausfallen. Da war wie immer geplant, dass ein Gaming-PC verlost wird. Und ja, das wurde nicht nur geplant, sondern die Teile wurden natürlich auch bestellt. Das meiste ist auch da, aber leider nicht alles. Das muss entsprechend auch ein bisschen verschoben werden in den Januar rein. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird also im Januar einen geilen Gaming-PC zu gewinnen geben. Ist auch ein wirklich cooles Teil, wie ich finde. Das seht ihr dann aber. Und abschließend sage ich dann natürlich noch, guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Und jetzt kommt der Backforce OnePlus in der Black Edition. Haut rein, Leute. Ciao. Mit Intels 12. CPU-Generation Alder Lake wurde auch DDR5-Arbeitsspeicher im Consumer-Bereich eingeführt und Corsair bietet zum Marktstart zwei Produktserien an. So gibt es einmal die kompakten Vengeance-Module in schwarz sowie weiß und natürlich den großen Dominator Platinum RGB-Rahmen, ebenfalls in zwei Farbvarianten und mit 12 Capellix RGB-LED. Es stehen 32 und 64 GB Kits mit 4800 MHz CL34 oder wahlweise 5200 MHz bei CL38 zur Verfügung. Zeitnah folgen schnellere Varianten auf Hynix-Basis mit 5600 MHz C36 und mehr. Alle Corsair DDR5-Kits unterstützen XMP 3.0 und bieten somit nicht nur vorgefertigte Profile, mit denen ihr direkt die richtigen Einstellungen laden könnt, sondern auch noch Platz für eigene Profile mit angepassten Settings, die komfortabel per Corsair IQ erstellt und bearbeitet werden können. Weitere Infos findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein. Im Gegensatz zu den farbigen Varianten, deren Bezug aus einer Kombination von Kunstleder und einem Alcantara-ähnlichen Material besteht, setzt Backforce bei der Black Edition vollständig auf Stoff. Der fühlt sich super angenehm an und ist natürlich gewohnt gut verarbeitet. Rein optisch weiß ich gar nicht so genau, was mir besser gefällt. Sowohl der komplett schwarze Stoff als auch das Alcantara mit den kleinen Flächen in jeweiliger Akzentfarbe haben auf jeden Fall etwas für sich. Schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Richtig gut gefällt mir das schwarze Metallfußkreuz. Das würde ich mir jederzeit auch an meinen blauen OnePlus bauen. Allgemein wäre eine Art Konfigurator extrem cool, sodass man sich seinen Wunschstuhl im Detail zusammenstellen könnte. Sicherlich nicht ganz unaufwendig für den Hersteller, aber ich werde das dort mal ansprechen. Apropos ansprechen. Ich habe nach dem letzten Test bei Backforce ein paar kleine Kritikpunkte geäußert und tatsächlich wurden die nicht nur hier bei diesem Stuhl, sondern inzwischen bei allen OnePlus-Varianten verbessert. Ich war natürlich nicht der Einzige, der dort Feedback gegeben hat. Auch andere Tester und ihr Zuschauer bzw. Kunden haben das gemacht, aber es ist toll zu sehen, dass tatsächlich darauf gehört wird. Ich fand zum Beispiel die verstellbaren 5D-Armlehnen bisher zu leichtgängig, weil man sie ruckzuck aus Versehen verstellt hat. Nach der Optimierung geht nun alles etwas schwerer, aber dennoch natürlich nicht zu schwer. Das ist meiner Meinung nach der perfekte Mittelweg. Weiterhin fand ich das Polsterelement ein bisschen unschön und irgendwo zu klobig. Die Form hat sich zwar nicht verändert, allerdings wurde am Rand eine lederähnliche Textur hinzugefügt, was tatsächlich ein ganzes Stück passender und wertiger wirkt, obwohl es im Endeffekt nur ein Detail ist. Auch die Aufnahme wurde weiter verbessert, sprich das Polster sitzt nun nochmal deutlich fester auf der eigentlichen Armlehne. Schöne Sache und nah an der Perfektion, jetzt würde ich mir nur noch den umlaufenden Rahmen etwas schmaler wünschen. Die Rückseite der Black Edition sieht auch sehr schick aus, wobei sie gleichzeitig natürlich extrem schlicht ist, denn das typische Backforce-Muster fällt hier deutlich weniger auf als bei den farbigen Modellen. Das ist gar nicht negativ gemeint und trifft allgemein auf den ganzen Stuhl zu. Er wirkt einfach sehr dezent und dadurch nochmal eine Spur edler. Ansonsten bietet das Teil natürlich alle bisher bekannten Features, im Falle des OnePlus also eine verstellbare Sitzfläche, die sich dazu noch in zwei Stufen neigen lässt, eine Lordosenstütze, die sich in Stärke und Höhe anpassen lässt, die eben erwähnten 5D-Armlehnen, die Synchronmechanik beim Zurücklehnen und so weiter. Für Details verlinke ich euch mein ausführliches Review oben beim kleinen i. Auch als normalen Backforce One kriegt man die Black Edition, dort muss man dann auf die verstellbare Sitzfläche, die Lordosenstütze und die 5D-Armlehnen verzichten. Alle Stühle werden wie gewohnt in Deutschland produziert und es gibt wieder 10 Jahre Garantie auf den Stuhl selbst und alle Anbauteile. Preislich liegt der schwarze Backforce One bei 519 Euro, während der OnePlus bei 669 Euro liegt. Damit sind sie jeweils 20 Euro teurer als die farbigen Modelle. Sicherlich kommt es in dieser Preisregion nicht mehr unbedingt auf 20 Euro an und es hängt auch damit zusammen, dass es sich um eine Sonderedition handelt, aber ich finde, man hätte da auch die identischen Preise dran schreiben können. Mit dem Stuhl bin ich ansonsten sehr zufrieden und mein OnePlus aus dem letzten Jahr verrichtet natürlich ganz normal seinen Dienst, ebenso wie der Backforce One aus dem Jahr davor. Jetzt bin ich aber auf euer Feedback gespannt, schreibt also gerne mal eure Meinung in die Kommentare und damit kommen wir zum Gewinnspiel. Verlost wird ein Backforce One All Black im Wert von wie gesagt 519 Euro. Um eine Chance auf den Stuhl zu haben, musst du lediglich ein Abonnent von meinem Kanal sein und einen Kommentar mit sinnvollem Inhalt hinterlassen. Ihr müsst da keine Romane schreiben, am Ende wird ohnehin per Zufallsverfahren ausgelost, aber ich freue mich trotzdem auf ein paar coole und kreative Antworten. Weiterhin wäre ein Like schön und ihr dürft das Video natürlich auch sehr gerne mit Freunden teilen. Das Gewinnspiel geht eine Woche, also bis zum 7.01.2022 um 23.59 Uhr und die Auslosung wird am darauffolgenden Tag gemacht. Schaut dafür gerne bei Instagram vorbei, da könnt ihr sehen, dass alles mit rechten Dingen abläuft, aber der Gewinner wird natürlich auch hier bekannt gegeben. Dann wünsche ich euch abschließend viel Glück und einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr, macht es gut Leute, ciao! Bis zum nächsten Mal!